Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Marktbriefing bereiten wir uns intensiv auf die wichtige kommende Handelswoche vor. Zu Beginn des heutigen Videos sprechen wir über einige Grafiken und Makrodaten. Wir beginnen mit Smart Money vs. Dumb Money und daher kann man übergeordnet die Situation zusammenfassen. Die institutionellen Anleger sind aktuell im Bereich der Gier unterwegs, während die kleinen Anleger aktuell immer mehr der Mut verlässt. Wir sehen hier große Geldabflüsse bei den Kleinanlegern, während aktuell die institutionellen Anleger wirklich sich in den Markt einkaufen. Das müssen wir ganz klar auf dem Zettel haben. Für uns gilt, wir achten weiterhin auf wichtige Supports und darüber sprechen wir heute auch bei den Live-Charts. Und ich zeige euch heute bei den Live-Charts mein ganz persönliches Maximum-Pain-Szenario für den S&P 500 im Jahr 2023. Wenn wir uns das mittelfristige Risikolevel anschauen im S&P 500, sehen wir, dass wir es aktuell auch mit einem etwas heftigeren Abverkauf der letzten Jahre zu tun haben. Wir sind von einem überkauften Bereich. Wir waren zuletzt bei 8 und 9. Ihr erinnert euch, beim S&P 500 4.200 Punkte, wo vor allen Dingen die Kleinanleger gierig waren bei Smart Money vs. Dumb Money. Sind wir jetzt zurückgekommen beim Bereich von 3 und 4 und wir ziehen auch den 20er gleitenden Durchschnitt bei dem Indikator aktuell aggressiv nach Unsinn. Das müssen wir auf dem Zettel haben. Erinnert euch mal wirklich an die Korrektur im Oktober. Da hatten wir ein ähnliches Bild. Und in dem Moment, wo der Risikoindikator, also unten die blaue Linie, wieder über den gleitenden Durchschnitt drüber springt, da haben wir es dann vermutlich mit dem Ende der Korrektur zu tun und danach eben auch mit einer schönen Abseite. Lass uns das wirklich jetzt ganz genau beobachten in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich werde euch heute bei den Live-Charts auch das Level mit auf den Weg geben, wenn das brechen sollte, wo es dann wirklich höchste Zeit wird, vorsichtig zu sein. Dass dieser Moment aber noch durchaus ein bisschen entfernt sein könnte, das sehen wir, wenn wir auf die Saisonalität blicken vom S&P 500. Es ist klar, 2023 ist ein besonderes Jahr mit speziellen Herausforderungen, keine Frage. Und deswegen müssen wir natürlich auch auf so viele Indikatoren wie möglich blicken. Aber es ist schon interessant, wenn wir uns nämlich die Saisonalität im S&P 500 anschauen, sind wir jetzt wirklich ganz kurz vor dem interessanten Tiefpunkt hier, bevor der S&P 500 dann einige Wochen durchaus Stärke zeigen kann. Und ein ähnliches Bild im Nasdaq 100, da sind wir durchaus in einer volatilen Phase, die uns aber auch ganz klar höhere Tiefs andeutet. Also auch die Tech-Stärke kann sich noch fortsetzen, wobei ich gerade hier in diesem Bereich kurzfristig auch durchaus mit ein bisschen Konsolidierung rechne. Und in einer potenziellen Korrektur achten wir ganz genau auf die Big Tech-Aktien, wie sich die verhalten, also die Apples, Amazons, Teslas, Microsofts und Alphabets dieser Welt. Wir sehen nämlich hier in dieser Grafik, dass gerade in diesem Sektor die institutionellen Anleger noch stark untergewichtet sind. Und das müssen wir definitiv auf dem Zettel behalten. Viel Glück, deinem Chef zu erklären, warum du, wenn du Fremdkapitalverwalter bist, warum du gerade in diesem Sektor untergewichtet bist, schreibt hier der Marketing. Und ich denke, das trifft es ganz gut auf den Punkt. Meines Erachtens hat auch dieser Sektor noch durchaus Potenzial für Geldflüsse. Aktuell heiß gelaufen, sprechen wir heute natürlich auch bei den Live-Chats drüber und wo ich mir auch vorstellen könnte, wo eine Rotation jetzt stattfinden könnte. Und komm sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Da poste ich Intraday auch viele Analysen zu Aktien und zu den Märkten. Da bleibst du dann auch den Tag über immer auf dem Laufenden. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, das ist der YouTube-Algorithmus, möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wir kommen meines Erachtens jetzt in ein sehr spannendes Marktumfeld, wo es insbesondere wichtig sein wird, auch auf den Zinsmarkt zu achten und natürlich auch ganz klar auf die FED zu achten. Denn der Markt preist hier ganz klar ein, dass die FED fertig hat. Wenn wir am 8. März die Marktteilnehmer noch gefragt haben, wo denkt ihr, dass die Zinsen oder wie denkt ihr, dass die Zinsen verlaufen werden, da siehst du die blaue Kurve oben. Da waren alle noch der Meinung, dass der Zinsgipfel bei 5,6% sein wird und dass wir es im Jahr 2023 auch mit keinerlei Zinssenkungen zu tun haben. Frühestens dann Ende 2023, Anfang 2024 die ersten Zinssenkungen. Und unten siehst du, wie extrem sich das Bild gewandelt hat. Aktuell geht man davon aus, dass der Zinsdeckel drauf ist, 4,75 bis 5% ist das top, so preist es der Markt an. Und die ersten Zinssenkungen und dann vor allen Dingen rapide Zinssenkungen sind vom Markt jetzt aktuell bereits eingepreist für Mitte des Jahres. Und das zeigt uns vor allen Dingen auch diese Volatilität im Zinsmarkt, im Zentiment. Das zeigt uns, dass wir jetzt in die heiße Phase dieser aktuellen Marktsituation kommen. Und mit der heißen Phase meine ich natürlich ganz klar die Phase eines FED-Pivot. Die Phase der Zinssenkungen und in aller Regel eben auch die Phase der damit verbundenen Rezession. Darüber sprechen wir heute auch bei den Live-Chats. Da zeige ich euch einen ganz speziellen Chart. Was wir hier sehen, ist, dass jetzt immer mehr Verzinsungen unter ihre 200-Tage-Linie fallen. Also eben aus dem Trend der stark steigenden Zinsen jetzt zurückkommen, dass die Zinsen eben in einen Abwärtstrend fallen. Aktuell haben wir tatsächlich keine Verzinsung mehr der US-Staatsanleihen im Bereich zwischen 1 und 10 Jahre, die über ihrer 200-Tage-Linie sind. Und darauf müssen wir achten, gerade wenn das vordere Ende der Zinskurve, also die kurzlaufenden Anleihen, wenn die jetzt beginnen stark zu fallen, dann preist der Anleihenmarkt ein, dass die Rezession sozusagen immer näher kommt. Und wenn dann vor allen Dingen auch die Anleihen im Monatsbereich anfangen stark zu fallen bei der Verzinsung, dann wissen wir, vor allen Dingen dann reinvertieren sich natürlich auch die Zinskurven wieder reihenweise. Und das war in der Vergangenheit dann immer das Signal, dass die Rezession da ist. Und hier blicken wir noch auf eine interessante Auswertung vom Sentiment Trader, wenn die Verzinsungen reihenweise anfangen unter ihre 200-Tage-Linie zu fallen. Hier ein Beispiel der 10-Jährigen. Wir haben natürlich in der Phase, wo die FED die Zinsen immer weiter anheben musste in den 70er- und 80er-Jahren, wo die Inflation dann auch mal so brutal zurückgekommen ist. Der Volker-Moment, ihr erinnert euch? Hatten wir natürlich eine Phase, wo die Zinsen trotz dieses Signals weiter angestiegen sind. Aber seit dieser Zeit, seit den 90er-Jahren haben wir immer dieses Signal getriggert im Bereich, wenn der Gipfel der Zinsen bereits drin war. Wir kommen zur Berichtssaison und die neigt sich ihrem Ende zu. Die Woche haben wir auch eine überschaubare Anzahl an nennenswerten Meldungen. Montag vorbörslich gibt es die Zahlen von Biontech und Carnival. Dienstag vorbörslich unter anderem die Zahlen von Futu und nachbörslich dann die Zahlen von Lululemon und Micron Technology. Und am Donnerstag nachbörslich gibt es dann unter anderem noch die Zahlen von Blackberry. Und haben wir bitte auf den Zettel in zwei Wochen. Da beginnt dann schon wieder die nächste Earnings-Season. Bei der die Erwartungen der Analysten an die Unternehmen dann nochmal deutlich reduziert sind, sogar nochmal etwas deutlicher reduziert, als wir es jetzt in der abgelaufenen Earnings-Season gesehen haben. Die jetzt mit 64% der Unternehmen, die die Erwartungen der Wall Street übertreffen können, zu Ende geht. Und damit kann man wirklich sagen, die aktuelle Earnings-Season, sie war jetzt nicht schlecht. Es hätte deutlich schlimmer kommen können. Und für die kommenden Wochen haben wir bitte auch auf dem Zettel die nächste Earnings-Season, die wie gesagt im April beginnt, Mitte April beginnt. Die kann dem Markt aufgrund der nochmal deutlich reduzierten Erwartungen auch nochmal durchaus etwas Rückenwind geben. Damit kommen wir zum Wirtschaftskalender für die kommende Woche. Und auch der hat es durchaus nochmal in sich und könnte uns gehörige Volatilität bringen. Am Montag geht es los mit dem IFO-Geschäftsklima-Index. Am Dienstag haben wir eine Rede von Christine Lagarde und um 16 Uhr das wichtige CB-Verbrauchervertrauen in den Vereinigten Staaten. Am Mittwoch schwebende Hausverkäufe und die Rohöl-Lagerbestände. Und am Donnerstag bekommen wir den Verbraucherpreis-Index in Deutschland. 7,3 Prozent. Die Prognose im Vormonat war es 8,7 Prozent. Man hat hier großen Optimismus, dass die Inflation jetzt in Deutschland doch mal zurückkommt. Und ich bin auch gespannt, ob man diese Erwartungen im Rahmen der Woche nochmal anpassen wird. Donnerstag auch die Bruttoinlandsproduktsmeldung aus den Vereinigten Staaten fürs vierte Quartal. Die Vormeldung war bei 3,2. Jetzt ist die Prognose 2,7. Also Schrumpfung im abgelaufenen Quartal durchaus interessant. Auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. 196.000 werden hier erwartet. Und am Freitag gehen wir aus der Woche mit dem Einkaufsmanager-Index im verarbeitenden Gewerbe in China, der Veränderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland, dem Verbraucherpreis-Index in der Eurozone und dann ganz wichtig dem Inflationsindex, auf den die FED vor allen Dingen sehr gerne schaut, auf den Jerome Powell sehr gerne schaut, der PCE-Kernrate. Sentimentstechnisch haben wir bitte auch auf dem Schirm, dass der Markt sehr negatives Sentiment hat aktuell. Der Fear and Greed Index steht bei 33 im Bereich der Angst. Die letzte AAII-Umfrage war eine der bärischsten aus den letzten Wochen mit 48,9%. Bären nur noch 20% Bullen an der Wall Street aktuell. Und die YouTube-Umfrage vom Mittwoch war auch sehr bärisch. Aktuell sind 48% von euch dem Markt gegenüber negativ eingestellt. 22% sind neutral und immerhin noch 30% Bullen sind übrig. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, dann lass sehr gerne dein Like da und schreib mir vor allen Dingen einen Kommentar auf die simple Frage, bist du dem Aktienmarkt gegenüber aktuell Bullisch oder bärisch eingestellt? Damit willkommen zur Chart-Analyse und die beginnen wir heute mit einem ganz besonderen Chart, sozusagen der Alpha-Zinskurve. Hier hat sich ein Mitglied in der Community die Mühe gemacht und alle denkbaren Zinskurven zusammengefügt in einen Chart. Und hier sehen wir zurück im Monatschart bis in die 80er Jahre. Wir waren immer mal wieder invertiert im direkten Umfeld eben der Rezessionen, die uns bekannt sind in den 80er Jahren, 2000, 2008 und natürlich auch 2018 dann mit dem Corona-Crash 2020 und der entsprechenden Rezession. Aktuell sind wir so stark invertiert wie nie zuvor. Was uns aber auch bitte auffällt, diese vertikalen Balken, das sind die Rezessionen. Es gab noch keine Rezession in der Vergangenheit, die eingetreten ist, bevor diese Zinskurve sich nicht wieder vollständig reinvertiert hat. Und wenn du auf der ganz rechts siehst, wie tief wir da noch invertiert sind aktuell, das kann jetzt durchaus noch eine Weile so gut gehen. Und das ist auch entsprechend nochmal gerne die Phase, wo die Märkte dann auch nochmal nach oben so richtig Gas geben können. Das meinte ich vorher mit, wir nähern uns jetzt der heißen Phase. Wenn wir sehen, dass dieser Chart steil ansteigen wird und das beobachten wir natürlich jetzt in den kommenden Wochen und Monaten ganz genau, dann wird es Zeit, vorsichtig zu sein. Und wenn wir sehen, dass diese Zinskurve sich reinvertiert, dann wird es richtig ernst. Wenn wir dem Zinsmarkt auf die Finger schauen, hier in Form des Federal Funds Futures für den September 2023, also wo denkt der Markt, wird der Leitzins, der FED stehen im September 2023, dann sehen wir, dass da aktuell starke Zinssenkungen eingepreist ist. Der steht nämlich bei 4,4 Prozent jetzt im Zuge natürlich der jüngsten Entwicklungen. Um die Banken hat der Markt natürlich jetzt Lunte gerochen, dass die FED bald fertig hat und dass die FED möglicherweise auch bald Zinsen senken würde. Da wäre ich mir nicht so sicher, ob wir wirklich im September schon mit großen Zinssenkungen konfrontiert sind. Das müssen wir abwarten. Das heißt, ich würde hier auch nicht ausschließen, dass wir jetzt sogar nochmal in ein Umfeld gehen, der leicht ansteigenden Zinsen. Da muss ich aber ganz klar sagen, das könnte dann sogar paradoxerweise für die Aktienmärkte, für die Bullen an den Aktienmärkten ein bisschen Rückenwind sein, weil das nämlich signalisieren würde, dass diese unmittelbare Angst vor der Rezession ein bisschen entweichen würde. Und das könnte dafür sprechen, dass dann auch der TLT-ETF nochmal etwas unter Druck geraten könnte. Den sehen wir hier im Wochenchart. Und die Wochenkerzen finde ich durchaus interessant. Wir haben hier eindeutigen Kaufdruck an der 20-Wochen-Linie. Sagen wir bitte auf dem Zettel, dass wir hier eindeutig auch im Wochenchart deutlich steigende Tiefs sehen. Also das wird für uns ein wichtiger Indikator sein. Und völlig klar, wenn TLT hier wirklich ausbrechen sollte, dann ist es so, dass wir das ganze Thema wieder deutlich ernster nehmen müssen. Dann könnte uns auch durchaus bevorstehen, dass hier diese Bankenkrise sozusagen ins nächste Level geht. Nämlich in dieses Level, wo der TLT-ETF dann nochmal deutlich stärker steigen kann in dem Bereich der 120. Dann wirklich die Kursziele hier am Top von dieser Range. Ist jetzt in einer sehr spannenden Phase. Aktuell Widerstand an der 50-Wochen-Linie, Support an der 20-Wochen-Linie. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung hier diese Entscheidung ausfallen würde. Und meine Tendenz wäre eher, wenn wir hier den Bruch nach unten sehen und der TLT-ETF nochmal an die 100 ranläuft, dass das tatsächlich sogar eher ein Entspannungssignal wäre für die Märkte, wohingegen ein Ausbruch von TLT über die 110 eher besorgniserregend wäre. Und gleichzeitig beobachten wir HYG, der interessanterweise konträr läuft zum TLT-ETF. Der TLT ist eher im oberen Bereich von seiner Range HYG. Also die Hochrisikoanleihen, die Junkbonds, die für uns ja als wichtiger Indikator auch gelten für den Aktienmarkt, die sind eher im unteren Bereich von dieser Range und das passt perfekt zusammen. Wenn uns HYG hier unten durchbricht, also wenn die Risikoaversion im Anleihenmarkt noch stärker wird, dann haben wir auch schlechte Karten für den Aktienmarkt. Und wenn wir sehen, HYG kann sich deutlich entspannen, kann hier ins Top von dieser Range ranlaufen oder möglicherweise sogar ausbrechen, dann haben wir ein Signal, dass die Aktienmärkte möglicherweise auch nochmal ein bisschen vor einer freundlichen Phase stehen. Ein Chart, wo ich aktuell sehr gespannt bin, in welche Richtung er sich entscheiden wird, ist der US-Dollar-Index, der Dixie. Und zwar sehen wir den hier an einem kritischen Make-or-Break-Punkt. Wir hatten ihn am Freitag an der 50-Tage-Linie. Das ist genau das Setup, worüber wir gesprochen haben in den letzten Wochen. Das ist hier wichtiger Support beim US-Dollar-Index. Du hattest jetzt die starke Seite zur Downside. Jetzt möglicherweise ein Korrektiv nach oben. Kommt hier jetzt nochmal ein weiterer Impuls zur Downside. Kritisch ist hier die 50-Tage-Linie. Wie gesagt, nur das Level beim US-Dollar-Index von 103,5. Da muss er drüber und übergeordnet muss er über die 104,2. Er muss wieder über diesen Aufwärtstrend. Dann können die Dollar-Bullen hier nochmal aufatmen und möglicherweise auf etwas steigenden US-Dollar hoffen. Solange hier unter diesem wichtigen Aufwärtstrend ist, ist hier das Top beim US-Dollar-Index drin. Wir haben die starke Seite zur Downside. Hier jetzt möglicherweise sogar einen sogenannten Dead-Cat-Bounce. Also ein letztes Aufbäumen nochmal, bevor der Kurs dann möglicherweise auch nochmal neue Tiefs anläuft. Ist hier sehr, sehr kritisch. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie sich das hier weiterentwickeln wird. Fallende Zinsen würde natürlich auch für fallenden US-Dollar sprechen. Deswegen müssen wir diesen Chart hier auch ganz genau mitbeobachten. Und damit kommen wir zu den Rohstoffen. Und die beginnen wir mit dem Witwenmacher, den Natural Gas Futures. Und da muss ich sagen, es ist schon teilweise fast beängstigend, wie gut Natural Gas hier die TA, also die technische Analyse, respektiert. Wir haben am Freitag darüber gesprochen, dass wir hier wieder an diesem großen Abwärtstrend angekommen sind. Auch an der 20er-Linie im 4-Stunden-Chart, die ja perfekt respektiert ist. Und sie wurde ein weiteres Mal gut respektiert. Der Natural Gas Futures hier nochmal mit einem Abverkauf unter die wichtigen 2,20 Dollar. Und das ist jetzt sehr, sehr kritisch. Du hast hier keine Frage, steigende Tiefs auch durchaus hier Potenzial für eine parabolische Bewegung. Aber dann brauchst du die Net Gas Futures über 2,20. Und das ist jetzt hier aktuell auch zur bullischen Seite definitiv mein Einstiegsszenario. Der muss hier ausbrechen aus dieser eindeutig respektierten Abwärtstrendlinie. Dann bitte einen Backtest auf den 2,20 und dann können wir hier long gehen für eine etwas ausgedehntere Gegenbewegung. Die Retracements und die Kursziele schauen wir uns dann an, wenn er wirklich endlich diese Trendlinie hier rausgenommen hat. Denn ansonsten ist mein Kursziel ganz klar und da lege ich mich auch fest und das halte ich jetzt auch zum jetzigen Zeitpunkt für durchaus realistisch, dass er hier nochmal runterkommt, hier noch ein letztes Mal alle Stops abholt. Hier die 2,08 Dollar noch anläuft, die wir auch schon seit einigen Wochen auf dem Schirm haben. Auf der linken Seite hier auch ein Wig im 4-Stunden-Chart. Vor allen Dingen in das 88er Fibonacci, dieser Rallye, wenn er das macht, dann schaue ich mir den Gaspreis hier unten ganz genau an für Einstiege. Ansonsten auch gerne den Breakout und dann hier einen Backtest auf den 78er Fibonacci. Hier möglicherweise auch den Breakout von dem Trend nochmal Backtesten. Rücksetzer auf die 2,20. Bei Gold sind wir aktuell kurzfristig ein bisschen vorsichtig. Du hattest hier diesen massiven Shorts-Quiz natürlich begleitet von der Bankenkrise jetzt im März. Da sind wir gestiegen von 1,800 auf 2,000 in nahezu einer senkrechten Linie nach oben. Jetzt hast du hier einen Doppeltop, eigentlich einen Trippeltop, ein eindeutiges Tweezertop. Auch also zwei Tageskerzen mit exakt dem gleichen Tageshöchstkurs am 88er Fibonacci von dem letzten hoch. Macht mir jetzt ein bisschen Sorgen hier, dass wir ein potenzielles Doppeltop hier kriegen beim Goldpreis. Dann wäre durchaus hier nochmal eine etwas schärfere Korrektur angezeigt. Müssen wir beobachten. Für mich ist hier jetzt aktuell kein Long-Einstieg angezeigt beim Goldpreis. Was ich sehen möchte, ist, dass er sich hier auf jeden Fall aus diesem Rücksetzer des 61er, 65er Fibonacci zurückholt. Also unter 1980 US-Dollar wollen wir mit Gold überhaupt nichts zu tun haben. Und der muss hier das 88er rausnehmen. Ganz klar in Kursen ausgedrückt, Gold muss über 2.000 US-Dollar ausbrechen. Muss dieses Level dann als Support verteidigen. Und dann sind unsere Targets beim 127er, 141er oder beim 161er zwischen 2030 und 2056 ganz knapp unter den All-Time-Highs. Ansonsten, wenn wir sehen, dass das hier ein Doppeltop wird, beobachten wir den potenziellen Rücksetzer bei Gold. Ich denke aber, dass das gerade mittelfristig durchaus ein spannendes Asset bleibt. Und damit kommen wir zu den Indizes. Und da schauen wir zuerst auf den Volatilitäts-Syndex. Den Wix, der hat sich jetzt zwei Tage in Folge an der 200-Tage-Linie Widerstand abgeholt. Wir sehen kurze Wix drüber, aber dann Intraday wieder deutlich unter die 200-Tage-Linie abverkauft. Und beim S&P 500 sehen wir, dass er sich jetzt mehrere Tage am Stück bei der 200-Tage-Linie Support abgeholt hat. Das ist Kernbestandteil von dem Szenario, worüber wir gleich sprechen werden beim S&P 500. Habt mir aber bitte dennoch auf dem Schirm, dass hier nach wie vor eindeutig steigende Tiefs vorhanden sind beim Volatilitäts-Syndex. Dass wir hier möglicherweise einen ersten Impuls gesehen haben, einen zweiten Impuls. Jetzt immer noch diesen gleichen Aufwärtstrend halten. Und der dritte Impuls, 3 Rising Valleys, holt sich dann sehr, sehr gerne auch nochmal ein höheres Hoch ab. Da wäre dann durchaus nochmal auch ein Wix drin von 30 bis 35, was dann einem kurzfristigen Washout gleich kämen wir am Aktienmarkt. Und wenn wir direkt aus der aktuellen Marktsituation ausbrechen wollen, Stichwort Szenario, das ich dir gleich zeigen werde beim S&P 500, dann brauchen wir jetzt diese Bewegung. Dann muss dieser Aufwärtstrend geknackt werden. Und dann brauchen wir definitiv einen Volatilitäts-Syndex von unter 20. Und damit kommen wir zum S&P 500 und den schauen wir uns zuerst im Wochenchart an. Und hier möchte ich dir jetzt mein ganz persönliches Maximum-Paint-Szenario vorstellen. Wir sind aktuell hier an diesem Punkt und ich kann mir jetzt hier zwei Szenarien kurzfristig vorstellen. Nochmal einen Dip in den Bereich um die 3.855 Punkte, um diese bekannte Trendlinie nochmal backzutesten. Dann hätten wir auch die Chance auf eine herrliche Harmonik-Bewegung, die uns dann im weiteren Verlauf auch den Breakout bringen kann aus dieser sehr wichtigen lokalen Konterabwärtstrendlinie. Wenn die bricht, die schauen wir uns auch noch gleich in den Tagesschart an. Das ist für mich ein Longsignal für die möglicherweise finale Aufwärtswelle im Jahr 2023. Für mich wird ein ganz kritischer Punkt sein. Der Punkt, an dem sich der S&P 500 aus den 4.000 Punkten befreien kann. Das ist das 38er Fibonacci von der gesamten Downside und das Kursziel, was ich dann sehe, das sind zwei Kursziele, die wir bitte auf dem Zettel haben. Das ist dann einmal das 50er Fibonacci von der gesamten Downside. Das wären 4.152 Punkte. Das wäre ein Schmerz-Szenario, aber noch nicht das Maximum-Paint-Szenario. Denn ein Maximum-Paint-Szenario ist für mich aktuell durchaus denkbar, dass wir von diesem Punkt nach dieser Welle einen Rücksetzer bekommen. Wir sehen, dass der S&P 500 dann die 4.000 Punkte verteidigen kann und dann ist mein Kursziel, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Und dort würde ich den Markt dann auch komplett neu bewerten, würde aggressiv Gewinne mitnehmen und möglicherweise dann auch Short-Positionen aufbauen. Beim 61er Fibonacci der gesamten Downside, wir haben das auch gesehen, zum Beispiel 2000, da hat sich der Nasdaq nochmal das 61er Fibo abgeholt, bevor es dann in den großen Crash ging. Das wird ein extrem wichtiger Punkt im Chart. 4.300 Punkte halte ich vom aktuellen Szenario aus für durchaus denkbar, dass uns der Markt im Jahr 2023 dort noch hinführt. Vor allen Dingen, denkt mal dran, möglicherweise wirklich nochmal eine Earnings-Season vor uns, die den Markt ein bisschen beflügeln kann, wenn die Analystenerwartungen noch niedrig sind. Positive Überraschungen sind hier denkbar. Und ich rede schon seit einigen Wochen drüber, dass ich mir durchaus einen Doppeltop vorstellen kann mit der August-Situation. Das wäre so ein kritischer Punkt für mich, wo man Gewinnmitnahmen tätigen müsste, meines Erachtens. Denn wenn er hier ausbricht, gibt es ohnehin in der Regel einen Backtest. Das wäre dann der große Ausbruch. Ab hier müsste man dann von einem neuen Bullenmarkt ausgehen, wenn du hier ausbrichst über das 61er und 65er Fibonacci. Danach wären die Kursziele bei 4.500 bis 4.600. Aber ab dem Zeitpunkt müssen wir uns ganz klar die Bewertungsfrage stellen. Das ist für mich ein Szenario, das kann ich mir durchaus vorstellen. Was jetzt dafür wichtig ist, das schauen wir uns gleich im Tagesschart an, dass der S&P 500 hier nicht bricht unter die 3.800 Punkte. Und welchen Punkt ich dir für die Zukunft ganz klar mit auf den Weg geben möchte. Ich möchte dir natürlich aber auch ermutigen, lass dein Abo auf dem Kanal da, dann bleibst du hier definitiv auf dem Laufenden. Sollte jemals im S&P 500 die 200-Wochen-Linie brechen, auf Wochenschlusskursbasis. Und sollten wir dann in der Woche drauf oder Wochen später einen Backtest bekommen als Widerstand, dann haben wir die 2008er-Situation. Dann kommt es meines Erachtens zum großen Washout, denn das ist ein Signal, das die Algorithmen dann auch erkennen. Und meines Erachtens wird der Markt dann genau hier aggressiv auf den Verkaufsknopf drücken. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass eben am Ende von dieser aktuellen Welle dann durchaus eine große, ausgedehnte Korrektur auf uns wartet. Möglicherweise eben Impuls zur Downside 2022, 2023 das Korrektiv nach oben. 2024 potenziell Ende 2023 der nächste Impuls zur Downside-Kursziel im S&P 500 würde ich dann tatsächlich sehen im Bereich, wenn diese Korrektur unter die 200-Wochen-Linie gehen sollte. Von 3.200 bis sogar möglicherweise 2.950 Punkte, wenn hier ein 161er Fibo angelaufen wird. Und das wäre hier für mich ein sensationeller Kaufzeitpunkt, dann vor allen Dingen auch für langfristige Positionen. Und wenn wir hier ein bisschen rauszoomen in diesem Chart, dann wird da meines Erachtens durchaus ein Bild draus, den wir kennen, den großen Aufwärtstrend seit dem Tief 2009. Den würden wir dann hier bei dieser großen Korrektur als Support testen, zusammen mit diesem Abwärtstrend von 2022, den wir dann hier von außen nach diesem Szenario auch als Support testen könnten. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, das ist der YouTube-Algorithmus, möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Und jetzt sind wir im Tagesschart von diesem Szenario und da gehen wir jetzt eben auf die lokal denkbaren Möglichkeiten ein. Was wichtig ist, wir haben derzeit Support bei der 200-Tage-Linie. Die letzte Kerze am Freitag war auch eindrucksvoll. Du hast einen Dip bekommen nochmal unter die 200-Tage-Linie und dann einen sehr großen Shortsquiz. Das müssen wir ernst nehmen. Der kann uns durchaus jetzt aus dieser Bewegung hier auch direkt ausbrechen. Das werden wir merken, indem wir hier sehen, dass der S&P 500 über die 4000 Punkte steigt aus diesem Konterabwärtstrend. Hier ist ein Preissalarm drauf. Macht ihr den auch drauf? Wenn er hier diesen Konterabwärtstrend rausnimmt, dann beginnt potenziell die letzte Aufwärtswelle, die wir dann möglicherweise für einige Wochen oder Monate sehen werden. Deswegen durchaus ein netter Kaufzeitpunkt, wo man hier nochmal was mitnehmen kann zur Upside. Ganz wichtig. Und wenn wir aber dann auch sehen, er geht hier raus, dann möchte man ihn nicht mehr sehen unter den 4000 Punkten. Dann wollen wir eben bei 4.1 den Rücksetzer auf 4000 und dann entsprechend die Fortsetzung von dieser Bewegung. Wenn wir jetzt hier direkt nochmal einen Rücksetzer bekommen, in diesem, ich nenne es fast Bermuda-Dreieck. Das ist hier viel Widerstand, Kreuzwiderstand aus dem Abwärtstrend, aus der 50-Tage-Linie, aus dem 38er Fibonacci der potenziellen Upside und Downside. Also du hast hier wirklich sehr kritischen Widerstand. Und wenn er uns hier nochmal reinläuft und dann doch nochmal runterkommt, halte ich diesen Spot für einen sehr guten Nachkaufzeitpunkt. Hier in dem Bereich um 3850 bis 3800 werde ich mich nochmal aggressiv long positionieren. Hier ist dieser Aufwärtstrend, den wir seit vielen Wochen auf dem Kanal auf dem Schirm haben, der sehr gut funktioniert hat zuletzt. Auch ein Tipp in dem Bereich der 3750 muss man auf dem Zettel haben. Hier wäre dann eine potenzielle, sehr schöne Bärenfalle, wenn wir nochmal auf die 200-Wochen-Linie runterkommen würden, wie wir es hier im Oktober gesehen haben. Dann muss er aber direkt wieder drüber steigen, denn ein Wochenschlusskurs unter der 200-Wochen-Linie oder unter diesem Aufwärtstrend, den erachte ich für sehr, sehr kritisch. Und im weiteren Verlauf, wie wir den S&P 500 bewerten, bleibt ganz klar diese Abwärtstrend-Linie, die die aktuelle Korrektur definiert, die wird für mich extrem kritisch. Und da würde ich mich durchaus long positionieren, wenn ich den Ausbruch sehe. Das zweite Lieblingsszenario sozusagen wäre, wenn er jetzt wirklich durchgeht nach oben und ausbricht. Da müsste man den Bergtest sich anschauen, was ich aktuell favorisieren würde. Wie gesagt, wo ich mich nochmal long positioniere, das ist, wenn wir hier diesen herrlichen Doppelboden bekommen. Und dann könnte sich hier wunderschön diese Harmonic ausspielen auf 4.150 Punkte. Hier müsste man den Markt das erste Mal neu bewerten, mögliche Rücksetzer auf 4.1. Und wenn wir sehen, hier das hält, dann haben wir die 4.300 als Target. Und die Frage, die jetzt auf der Hand liegt, ist natürlich klar, gut, der S&P 500 ist das eine, aber wie würde sich das Szenario im Nasdaq ausspielen? Und Nasdaq muss man sagen, der ist hier schon möglicherweise einen Schritt weiter als der S&P 500. Der ist hier bereits ausgebrochen aus seiner Konterabwärtstrendlinie, sucht sich jetzt aber aktuell, darüber haben wir auch letzte Woche gesprochen, hier ein Doppeltop mit den Februarhochs. Beim Nasdaq ist das ganz kritische Level, der Breakout aus den 12.865 Punkten. Das ist, wenn wir die gesamte Downside abmessen, das 38er Fibonacci. Das Ziel drüber sind 13.600, hier ist das 50er Fibonacci. Hier ist dann das Doppeltop mit dem August, da müsste man den Nasdaq auf jeden Fall neu bewerten. Ich würde ihm aber sogar zutrauen, dass er im aktuellen Umfeld dann möglicherweise sich sogar das 61er Fibonacci abholt. Und das wäre dann durchaus ein sportliches Retracement. Hier bewert man den Markt dann komplett neu. Und das wären sage-und-schreibe-Kurse von 14.500 Punkten. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie falsch das die meisten Anleger oder auf welchem falschen Fuß das aktuell die meisten Anleger erwischen würde. Von hier rechne ich dann aber auch beim Nasdaq durchaus nochmal mit einer scharfen Korrektur. Das beobachten wir dann ganz genau. Und was jetzt hier für mich ein sehr schöner Dip wäre, ein sehr schöner Rücksetzer wäre, wo ich dann auch nochmal richtig zulangen würde, wenn wir von hier abprallen von den 12.8 und wirklich hier nochmal einen Dip erleben würden in den Bereich der 12.200 bis 12.000 Punkte des 23er Fibonacci. Da wollen wir ihn auf gar keinen Fall mehr drunter sehen. Das ist hier bei 11.900, die 200-Wochen-Linie wunderschön backgetestet in der vorletzten Handelswoche vom 13. März als Support. Mastiver Shorts, wie es war die Folge, kommen hier nochmal ein bisschen runter, teste möglicherweise nochmal die 200-Wochen-Linie als Support. Dann haben wir hier nochmal einen herrlichen Kaufzeitpunkt. Ansonsten haben wir den Blick bitte auf den Breakout der 12.900. Den DAX schauen wir uns heute auch mal an im Wochenchart. Und hier bin ich wirklich, muss ich sagen, ganz besonders gespannt, wie es hier weitergeht. Wir haben eine sehr beeindruckende Wochenkerze in der vergangenen Woche gesehen. Und da setzen wir uns auch gleich für die kommende Handelswoche jetzt unsere Tops und unsere Lows. Und zwar ist das Wochenhoch gewesen bei 15.321. Der Wochenschlusskurs im DAX war dann exakt bei 15.000, knapp drüber 15.023. Die Bullen haben es noch geschafft, den DAX über die 15.000 zu bringen, zumindest hier im Future. Und das Wochentief haben wir bei 14.400 Punkte. Ist auch durchaus eine schöne Range, die wir möglicherweise traden können. Intraday muss man sich wirklich aufschreiben. 15.3 als Top, 14.450 als Tief. Klar, nächster Impuls steht an beim DAX. Wenn die Bullen es schaffen hier aus diesen 15.300 auszubrechen, aus dieser Wochenkerze auszubrechen, dann kommt es hier zu einem Doppeltop mit den letzten Hochs. Aber übergeordnet halte ich dann auch durchaus eine Attacke auf die All-Time-Highs bei 16.300 für denkbar. Und da wäre ich dann unglaublich gespannt, wie sich der DAX verhalten würde. Und auch klar, wenn hier dieses Wochentief diese Range brechen sollte bei 14.400, dann gibt es eben doch noch die Korrekturziele, die wir ohnehin auf dem Schirm haben aus dieser Rallye, die ja natürlich hier abgemessen ist. Das 38er Fibro liegt bei 14.200, das 50er liegt bei 13.700. Da ist da nicht nur, schau dir das mal bitte an, die 200-Tage-Linie, über die wir sowieso schon die ganze Zeit sprechen, sondern auch die 200-Wochen-Linie. Das wäre ein unglaublich schöner Support beim DAX, wo er nochmal herrlich zulangen könnte. Auch vor allen Dingen Dividendentitel nochmal einsammeln. Und falls wir da drunter brechen, darf das allerdings meines Erachtens nur ein kurzer Dip sein, wie wir es hier gesehen haben unter die 200-Wochen-Linie. Dann sehen wir hier noch die Golden Pocket bei 13.2 bis 13.1. Aber ich muss ganz klar sagen, das Korrekturziel beim DAX, falls jetzt diese Levels hier nicht halten sollten, ist bei mir ganz klar hier in diesem Bereich der 13.8. Da würde der DAX dann auch sein Vor-Corona-All-Time-High testen. Wir blicken auf den Hang Seng-Index und der hat uns ja letzte Woche noch den Breakout gezeigt. Aus diesem Abwärtstrend der Korrektur ist auch über die 200-Tage-Linie gestiegen. Und das ist für mich durchaus wichtig und auch signifikant. Da möchte ich ihn jetzt nicht mehr drunter sehen. Den Hang Seng, auch eine interessante Kerze, am Freitag mit einem deutlichen Wig an der Down-Zeit. Also der Markt erkennt diesen Breakout auch durchaus als Support. Und wir sind jetzt auch über der 20-Tage-Linie. Das sieht durchaus gut aus. Kurzfristiges Top- bzw. kurzfristiges Ziel beim Hang Seng. sind natürlich ganz klar hier diese 20.100. Da legen wir uns auch eine kleine horizontale Zone drüber, weil ich das durchaus wichtig finde. Wir haben hier links deutliche Top-Bildungen und vor allen Dingen hier jetzt auch Lokal-Top-Bildungen. Wenn er uns hier ausbricht, haben wir hier oben die aktuelle Golden Zone dieses Rücksetzers. Das Mindestkursziel wäre dann 20.364. Die 50-Tage-Linie beobachten wir bitte bei 20.7. Und wenn das hier ein richtiges Retracement wird, wenn wir hier einen ernstzunehmenden Boden auch drin haben und der läuft uns hier in die Golden Zone bzw. in die Golden Pocket beim 61er, 65er Fibonacci. Dann sehen wir nochmal den Hang Seng bei 21.2 bis 21.4. Und das würde dann vor allen Dingen bei vielen Einzelaktien durchaus Spaß machen. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob wir in den nächsten Tagen mal auch ein paar chinesische Aktien analysieren sollen. Den Bitcoin schauen wir uns im Tagesschart an. Und der zeigt uns hier in unserer Gewinn-Mitnahmezone zwischen 26.800 und 28.700 jetzt eine Seitwärtsphase. Ganz lokal sehen wir jetzt durchaus steigende Tiefs beim Bitcoin. Das ist interessant, dafür wollen wir ihn jetzt aber nicht mehr sehen unter 27.400 Punkten. Und das nächste Long-Signal, wo man kurzfristig nochmal was probieren kann, das wäre für mich ganz klar, wenn das jetzt hier hält, aufsteigendes Dreieck, ansteigende Tiefs, gleicher horizontaler Widerstand. Brich aus den 28.700 aus. Dann ist das Kursziel für den Bitcoin zu suchen bei 30.900. Und wenn es hier doch zu einer etwas tieferen Korrektur geht, dann schauen wir uns den Bitcoin bitte ganz genau an im Bereich der 25.300. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du die Möglichkeit, Mitglied zu werden bei 10xTrading. Dadurch bekommst du Zugriff zum Premium-Bereich im Discord, kannst dich mit vielen Gleichgesinnten austauschen. Und ich poste auch täglich Aktien und Marktanalysen. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau.